Hallo mein Name ist Helmut Seitz und ich bin der Inhaber der Seitz Electric GmbH. Vor ca. 20 Jahren durfte ich eine Biogasanlagensteuerung planen und durchführen. Danach wusste ich, ich bleibe bei dieser Branche. Neben Schaltschränken und Steuerungen bauten wir dann unsere eigenen Messgeräte, teilweise auch patentiert. In der Zwischenzeit betreuen wir mehr als 300 Komplettanlagen und unsere Messgeräte erfreuen sich guten Absatz. Jedes unserer Kundenprojekte bringt ganz individuelle Anforderungen mit sich. Bei der Planung gehen wir deshalb richtig in die Tiefe und entwickeln verschiedene Ideen zur Umsetzung. Dabei werden alle Teammitglieder einbezogen, um das geballte Seitz-Know-how für Sie abzurufen. So können wir sicher sein, alle wichtigen Aspekte zu bedenken, bevor wir mit der technischen Umsetzung starten. Die Fertigung der anlagenspezifischen Schaltschränke erfolgt komplett durch uns. Alle unsere Mitarbeiter sind speziell dafür ausgebildet und verfügen über entsprechende Qualifikationen. Der gesamte Prozess von der Planung bis zur Auslieferung passiert hier vor Ort bei uns in Wertingen. Für alle Ihre Fragen und Wünsche stehen Ihnen während der gesamten Zeit feste Ansprechpartner bei uns zur Seite. Auch die von Helmut Seitz eigens entwickelten und patentierten Messgeräte wie Gas-H-Meter und Kugelschalter werden direkt vor Ort gefertigt. Nur sorgfältig geprüfte Geräte verlassen unser Haus und werden sicher verpackt an Sie ausgeliefert. Der enge Kontakt zu unseren Kunden liegt uns beiseits besonders am Herzen. Deshalb machen wir uns bei Bedarf auch persönlich auf den Weg zu Ihnen. Für die Inbetriebnahme und Wartung Ihrer Anlage oder einfach ein direktes Gespräch von Mensch zu Mensch. Mein Name ist Ivan Skaller. Wir haben einen größeren Milchviehbetrieb und haben uns 2013 dazu entschieden die Reststoffe und die Gülle über Biogas zu verwerten. Auf Empfehlung von anderen Landwirten sind wir in Bezug der Elektrotechnik und Steuerung der Biogasanlage auf die Firma Seitz gestoßen. Wir haben gestartet mit 210 kW. Die ersten Schritte waren sehr vielversprechend und haben dann die Biogasanlage erweitert auf 580 kW Höchstbemessung. Auch die Erweiterung machte bezüglich der Elektrotechnik und Visualisierung am PC keinerlei Probleme. Heute läuft die Biogasanlage im achten Jahr, läuft sehr rund und haben mittlerweile aufgrund der Flexibilisierung 1500 kW installiert. Ich kann die Firma Seitz nur weiterempfehlen. Der Untertitelung des ZDF, 2020